An vier, Potsdamer Preußen Devils. An fünf, Team Krügerke. So, das haben wir jetzt die Gruppe A. Jetzt, äh, wird der schon gut? Jetzt haben wir euch noch mal einen Anfahrer von LSD, SVSM Devils. Die sind nicht da, dafür spielt Golitz eins. Golitz. Also von SVSM Devils hat sich bei Lüdes jetzt keiner gemeldet. Dann nehmen wir jetzt Golitz dafür. C4. Vorne, vorne. An drei. Wir sind da, wie die meisten in der Praxis sind. Bei den Menschen, Volksforsorge, unser Name ist unser Auftrag. Hoch, sieh mal, sieh mal! Woll! Mario verliert, ne? Hörst du deine Freundin hoch oder was? Ja, ich bin ja jetzt in der Leitung und nicht sie. Gentleman! Aha, einer .... Hörst du deine Teile? Das Spiel 14, Westside Steglitz. Das Spiel 14, Westside Steglitz, Westside Steglitz, Westside Steglitz. Das Spiel 14, Westside Steglitz, Westside Steglitz, Westside Steglitz, Westside Steglitz. Das Spiel 14, Westside Steglitz, Westside Steglitz, Westside Steglitz, Westside Steglitz. Das Spiel 14, Westside Steglitz, 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 Westside Platz geht an LSD, Ludwigsfelde. So, zweiter Platz, knapp unterlegen im Endspiel nach neun Meter schießen, United, Ludwigsfelde. So, Sieger der diesjährigen Ludwigsfelder, Alemannia, Ludwigsfelder Nachtturniers, PVD, aus Berlin, mit 3 zu 1 nach Neun-Wedder-Schießen, United. So, herzlichen Glückwunsch, PVD. Ich bedanke mich im Namen vom Gastgeber, bei allen teilnehmenden Mannschaften und Zuschauern und wünsche allen einen guten Nachhauseweg und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Dankeschön und Tschüss.